hi leute und herzlich willkommen zur nächsten folge The Legend of Zelda Twilight Princess und zwar hier wollen leute dass wir rauskommen da unten die hier wollen dass wir rauskommen und damit ich sagen werde mir das auch tun mal hier runtergehen eine Waffe bin ich weiß auch oh der 3 sagt er ist so gut den will ich haben oder haben wir überhaupt was hier geht es in einen Secret Keller den würde ich kenne oh mein Gott ist es dunkel jo ich seh nichts also da würde ich sagen bringt mir das auch nichts gehe ich vielleicht später irgendwann mal hin und wer will jetzt schon auf Zelda kennt der weiß dass ich mal ein Hilfmittel Lampen und da geht es schon da hin gut gar nichts holen dann gehen wir einfach raus wenn man nicht mehr rauskommt dann gehen wir einfach rauskommt ja das ist ja 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 Und dann würde ich sagen, Hanno. Stief Er schwindet er glaub ich ganz gut so einen Schleuder Ja irgendwie Wo ist denn jetzt ein Laden? Hier das sieht aus wie ein Laden Das ist ein Laden Ja das ist ein Laden Ja das ist ein Laden Okay die sucht den Kater Kater suche würde ich sagen startet Hier vielleicht verliert er Schleuder Hoffe ich zumindest War da nicht irgendwas mit einer Angel? Da war doch noch was mit der Angel Das hier Mann glaub ich war's Da war doch grad eine Robin Hey Da Was sehe ich da? Ich will den Robin Na schon Ähm Da war doch irgendwas Mit einer Angel Dass da Wenn ich eine Angel hab Dass ich gegen Sowas immer ab Da ist mit der Angel Kann ich den Therese Schuss holen Und im Moment kann ich die Katze anlocken Und da oben bin ich der Korb Gib mir das Los Oh scheiße Das hat ja gut gekloppt Ja 5 Rubine juckt mich nicht Ist übelst wenig Und werde den Aufzahl da Ging nicht irgendwie Ja Jo Wo sind die Steine? Jetzt kriege ich noch neue Steine Ich will an die Steine Muss ich jetzt wieder rausschwimmen Oder wie ist das? Muss ich erst wieder den Korbito verlassen? Ich werde sowas bekommen Auf jeden Fall wäre es erstmal eine gute Idee Weil ich glaube die war's Die die Angel hatte Dass ich dann zumindest Eine Angel bekomme Und ich glaube ich muss erstmal In die Küste aus der Welt raus So Nehm ich dann gleich mal Auf jeden Fall da ist der Korb Dann würde ich sagen Kriegen wir von der die Angel Dann Katze irgendwie Müsste ich da eigentlich Ah gut Hier wohnen Also die beiden Gut zu wissen also Ne Ich wollte dich gar nicht an Labern Ich wollte mich einfach vorbei rollen Ja 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 Juck mich Oh Wer Was macht ihn jetzt? Ach Dummheit Was hat sie denn? Ja mit dem Stein geht es jedenfalls nicht okay Und wenn die Steinschleuder Schleuder zwar auch nicht so intelligent Aber juckt mich einfach nicht Ich nehme trotzdem eine Steinschleuder Weil es mir Spaß macht Einen Steinschleuder zu nehmen Ach meine Verse Jetzt lässt mich das Kind noch nicht mal Mit dem scheiß Pferd reiten Aber es war richtig unfair So jetzt hoffe ich zumindest Alles wieder Alles wieder Okay Ja ich fand event jetzt eh voll Ja ich fand event jetzt eh voll Gut Ginehm Was willst du jetzt? Sag ich doch Da ist ne Katze Fisch äh angeln Richtig Habe ich beides nicht Ich soll da rüberspringen Ich soll da rüberspringen Ah jetzt können wir flöten Ah jetzt können wir flöten Oh ein Adler Wicht sinnvoll Ich will dieses Viecher Lass mal da oben das angreifen Ja hat geklappt Oh Oh Ich habe eine Lütze 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 Ah ich bin heute deutsch Lütze Lütze Tss Re Ähm Irgendwas Wie sammeln wir das jetzt auf? Kann ich überhaupt mal später in den Fies Viral Einmal weiter Vielleicht ist da oben ja noch ne Fünf Und dann kann man ja noch den anderen abschließen Ho Ich will dich angreifen Los Angreifen Angreifen Nein nicht reden Nicht reden Blablabla Ich will nicht wieder reden Ich will nicht krank Aufs Dach Und da hoch Oh mein Gott Nie So Da hoch Oh Gott Ha Da sind ja noch welche Und da Adler Adler Kommen schon Wo ist mein schönes Adlerchen? Du holst mir jetzt mal schön diesen Affen Okay Zielern Feuer Greif ihn Ey du sollst den Affen greifen Schubst ihn ins Wasser Los Du sollst den Scheiß Affen ins Wasser schubsen Mann Mann Lame Egal Dann bringen wir ihr den Korb Dann glaube ich Kriegen wir die Angel rein Logisch gesehen Als Spiel logisch Okay Ich soll mitgehen Ho Angreifen Komm Nein I Lauf schneller Lauf schneller Ich will schneller laufen Boah ist die Lama Schick Ne Ehm 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 Entfercente Actually Ehm 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 Man René Nic Ehm 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 Gut. Ja, gut. Jetzt habe ich die Angler und jetzt hole ich ein paar Fische für die Katze. Ich bin der richtige Sherlock Holmes der Gesellschaft, ne? Und ich werde dir die Fische... Entschuldige. Wie, jetzt? Da geht's nicht lang. Geht's einfach nicht. Sag mal, rappelt doch noch im Karton. Wo komme ich denn jetzt hier hin? Wo komme ich denn jetzt zu diesem Ding? Muss ich schwimmen? Oder wo ist sie jetzt? Katze? Da will ich nicht rein, das ist so kack aus. Ha, Katze. Katze. Okay. Legen wir mal fest. Und. Wurf. Warte. Hier war das nochmal. Irgendwo. Ah. Okay. Nein. Ah, nein. Put, 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 put. Jetzt muss ich noch einen Fisch haben. Zieh, los, zieh. Ne, ich hab keinen Fisch. Nein. Nicht ins Wasser. Oh Mann. Ich bin so ein Legen im Fischen. So. Ein bisschen zurückrücken. Angel rausholen. Und Wurf. Komm schon, Fischi. Na komm. Na komm. Mein Fisch. Mein Fisch. Mein Fisch. Ha. Lecker Fisch. Drücke Plus, um deinen Fang auf den Ausrüstungsbildschirm zu... Ich bin so ein Dummi. Vollklick hat sie mir vielleicht. Bitte folge mir. Ja, sie folgt mir. Geil. Obwohl ich den Fisch weggeworfen hab. Ha, Spielfehler. Nutze ich aus. Komm her. Komm her. Los. Lecker Fisch. Komm. Feine Katze. Komm her hoch. Wer wollte jetzt... Die wollte doch ihre Katze, oder? Komm Katze. Hier. Geh rein. Los. Bitte. Nett, euer Ernst, oder? Wie will ich die denn da reinkriegen? Sag jetzt nicht, die ist zurückgelatscht. Oder? Das will ich jetzt noch schnell verfolgen, Ende hinbekommen. Das gibt's doch nicht. So eine doofe Katze. Ey, ne. Nix davon. Ey, das gibt's nicht. Werfen. Äh, da war doch was am Haken. Ey, sag mal. Na. Also, schön weit werfen. Ich bin eine drote Leiche. Ey, wollt mich doch verarschen, oder? Komm, zieh. 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 Ja. Jetzt Fisch. Lecker Fisch. Zum Abendbrot. Macht den lecker. Uuh, 28 Meter, 1 cm mal 2. Ey, sag jetzt nicht. Ernsthaft? Von. Wenn du. Tschüss. Let's. Chat Andy. Ich würde cooled das nicht. Das ist ja auch. Wir besuchen. zero sanding war doch nicht.